Ich finde, das sollte ein bundesweiter Feiertag werden, weil die Belange der Frauen, obwohl sie theoretisch wirklich gesichert wären, sind sie es aber noch gar nicht. Eigentlich, finde ich, sollte man auf diesen Tag aufmerksam sein und sollte sich nochmal Gedanken machen, wie weit die Gleichstellung ist. Man redet immer vom Gender Mainstream, aber eigentlich ist es noch gar nicht umgesetzt. Eigentlich sollte die Gleichstellung natürlich und selbstverständlich sein und trotzdem findet man immer noch Bereiche, in denen sie überhaupt nicht beachtet wird. Und deswegen wäre es vernünftig, den 8. März als gesetzlichen Feiertag einzuführen. Ja, sage ich einfach mal so. Ich finde, würde es gut finden. Und warum? Ich sage mal, warum? Ja, ich finde es immer ein bisschen ungerecht. Vatertag ist mitten in der Woche, Muttertag ist immer ein Sonntag. Also wir sind immer benachteiligt. Warum dann nicht auch einen Frauentag mitten in der Woche? Also die Frage lautet, soll der 8. März ein gesetzlicher bundesweiter Feiertag werden? Ich habe mir das in der Tat noch nie überlegt. Einerseits wird es natürlich den 8. März auf die Höhe des 1. Mai setzen, im Sinne eines in der Tat gesetzlich verbrieften Tages, wo an die unzählige Arbeit von Frauen erinnert wird. Allerdings finde ich auch das schade, weil natürlich der Moment des Streiks oder im Sinne eines internationalen Frauenkampftages, was es ja hier in Deutschland nicht so richtig heißt, aber woanders schon, damit natürlich auch ein Stück weit befriedet würde. Und wenn ich so umschaue und mir anschaue, wie wenig das thematisiert wird hier an der Universität, bin ich weiterhin dafür, das nicht zum gesetzlichen Feiertag, glaube ich, zu machen, um es nach wie vor als einen kleinen Dorn zu behalten. Und genau, ich glaube gerade unter uns Wissensarbeiterinnen wäre das eigentlich Anlass, nochmal nachzudenken, wie wir hier mit unserem Leben an der Universität umgehen. Ich habe mir die Tour nachgedacht. Ein bundesweiter Feiertag ist eine gute Frage. Das heißt Feiertag, er ist frei. Man hat Zeit, dem Ganzen dahinter noch mehr zu gedenken oder zu überlegen, nachzudenken. Ich frage mich Gleichberechtigung, ob man es dann auch für alle machen sollte. Auch für die Männer und für alle anderen auch. Oder ob man diesen einen Tag jetzt so bedroht, obwohl er ja auf der anderen Seite ja sehr vieles, vieles, vieles vereint und unterstrichen werden muss, was bis jetzt geschafft wurde darin. Also ich finde es schwierig, wenn nur der jetzt ein Feiertag werden würde. Ich würde überlegen, ob man darüber hinaus nochmal überlegt, ob man diesen Tag noch anders definiert oder andere Tage auch mit unterstreicht oder ins Leben ruft, die alle mit einbeziehen. Der 8. März sollte bundesweit ein Feiertag werden, weil erstens damit darauf aufmerksam gemacht wird, dass mit dem Rechten der Frauen es immer noch nicht zum Besten bestellt ist. Und zweitens ist es ein säkularer Feiertag. Und das ist richtig großartig, denn wir sind ein säkularer Staat bzw. sollten es sein. Und wir haben so viele christliche Feiertage. Leute, her mit den Säkularen. Und das finde ich ist auch zum Feiern, nämlich die Errungenschaft, dass wir einen Staat haben, in dem das Säkulare gerecht gilt. Und säkulare Dinge, die man sich erkämpfen möchte, im Vordergrund stehen. Und da ist der Frauentag bestens geeignet für. Ja, ich lege das nicht weg. Ich muss jetzt ja hier nicht Hausarbeit machen, weil ich das gerade für Frauenamt habe. Ja. Ja. Warum? Also ich finde, der Tag sollte definitiv frei sein für alle, um einfach auch Zeit dafür zu haben, dass der Welt auch bekannt zu machen. Dass der Frauentag so wichtig ist und wenn man arbeitet, dann hat man einfach die Zeit dafür. Soll der 8. März ein bundesweiter Feiertag werden? Der 8. März sollte ein bundesweiter Feiertag werden, weil ich finde, dass man ruhig einen Tag für die Frauen durchaus einführen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.